Musik Shalom Aleichem. Eind wel mir Dermonen dem jüdischen Dramaturg, Dichter und Erzähler Altersschule im Katsisne. Er ist geboren geworden in Wilne, dem 31. Mai 1885. Seine Bildung hat er der Gericht durch das Achleinen in verschiedenen Sprachen. Sie hat euch gelernt Fotografie, es ist geworden sein Parnusse und bis Hand forschen wir dem jüdischen Lebenssteger euch von seinen Bildern, wo es er hat gemacht in Polen, Eretzis Ruhl und zu offen Afrike. Er ist gewehn neunt zu Peretzis literarischen Heider im Warsche und sich gehawert mit Anskin. Wenn die zweite Weltmalchume hat euch gebrochen, ist Gatsisne aufweg mit der Mischpuche in Lemberg. Dort hat er gearbeitet in dem jüdischen Meluchischen Theater und auf dem Radio. Noch ein hereinmarschieren von den Nazis in Lemberg ist er entlaufen kein Tarnopel, wo er wird verhappt und verpeinigt zum Teut. In sein Warschewer-Period ist Gatsisne gewinn mit Redaktor von der Progressive Talk-Zeitung Freund, Redaktor und Arosgeber von dem Jurnal Mein Reden-Dicker Film, welchen er allein hat euch gefällt. Zandrami Duchus hat vernommen ein wichtiges Wort in dem Theater-Repertoire. Alter Katsisne ist umgekommen wie gesucht in Tarnopel in 1941. Untertitelung des ZDF im Korsteim